Hallo, hier ist wieder euer WeHawk und zwar heute mal mit einer kleinen Stream-Ankündigung. Ja, eigentlich hätte ja gestern schon ein Stream kommen sollen, das hat jetzt leider nicht hingehauen. Aber dafür zum Ausgleich habe ich mir gedacht, machen wir uns gemeinsam einen netten Sonntagabend und entspannen einfach mal bei einem kleinen Livestream ab 21 Uhr. Und jetzt kommt's Leute, es wird etwas Unfassbares gespielt. Es wird nicht etwa Lufia gespielt, sondern, haltet euch fest. Ah, I guess I'ma go fishing. Okay, go fish. Oh, ship. Let's see. You're such a good player. Maybe I'ma should draw from the Boneyard. Oh, boy. Ja, wir werden ausgiebig Go Fish spielen. Aber nicht nur Go Fish, sondern natürlich auch noch die ganzen anderen Minigames, die Marius Game Gallery zu bieten hat. Das sind ja fünf an der Zahl, wobei ich von Backgammon jetzt nicht wirklich die Ahnung habe. Da bin ich also mal gespannt. Das könnte lustig werden. Aber gut, ja, wir machen uns einen netten kleinen entspannten Abend mit Marius Game Gallery. Und jetzt kommt's. Nächsten Freitag ist leider auch kein Stream. Muss ich leider auch den gewohnten Freitag wieder ausfallen lassen. Das heißt, auch da werden wir wieder auf den Sonntag rücken. Und auch da wird dann nicht Lufia gespielt, weil das lohnt sich dann für ein bis zwei Stunden nicht. Sondern wir werden auf Mickey Epic gehen. Ja, das haben sich einige gewünscht. Wir hatten auch schon mal in der Vergangenheit einen Stream von Mickey Epic. Und an der Stelle werde ich dann auch weitermachen. Sprich, wir sind jetzt aktuell in die Mean Street gekommen, ganz neu. Quasi in die Hubworld. Und von da aus werden wir dann das Spiel fortsetzen. Einfach auch mal für eins, zwei Stunden. Und das bei erst nächsten Sonntag. Morgen, wie gehört sagt, erwartet euch Marius Game Gallery mit GoFish. Und den anderen Spielen. Ich glaube, das wird sehr lustig. Und für all die, die nicht dabei sein können morgen auf Twitch. Ja, ich denke mal, für die kann ich Marius Game Gallery zumindest mal ein bisschen zusammenfassen. Mal gucken, ob ich das mache. Wenn nicht, dann eben nicht. Aber Marius Game Gallery, da freue ich mich tierisch drauf. Das habe ich schon seit Ewigkeiten vor. Und jetzt setze ich es endlich mal um. Das wird großartig, Leute. Also, ich freue mich drauf. Ich hoffe ihr auch. Bis morgen. Hoffentlich. I don't think you can go there.